Gut, Basti, was hast du? So, äh, letzten Wochen irgendwie Uhren gepickt und Software und was weiß ich was und, äh, es ist schon eine Sache, die schon wirklich lange nicht mehr gepickt wurde. Das ist schon locker fünf Sendungen oder vier, keine Ahnung. Deswegen heute endlich mal wieder, habt ihr sicher alle drauf gewartet, Bluetooth-Kopfhörer. Ähm, da hab ich wiederum lange drauf gewartet. Ähm, hier gab's ein bisschen Mix-Up und sind endlich da seit irgendwie drei Wochen oder vier Wochen und ich musste den natürlich ausgiebig testen und zwar geht es um die Jabra Elite Sport. Ähm, das sind auch komplett kabellose Kopfhörer, also so, also vom Formfaktor wie die, wie die Dash von Bragi oder The Headphone oder die Apollo 7. Ihr habt, ihr erinnert euch, es wurden ja diverse Kopfhörer vorgestellt. Ähm, die machen aber eine Sache, die sonst nur die Dash machen und zwar sind sie speziell gebaut für den Sport und, ähm, das machen sie besser als jeder andere dieser Kopfhörer. Ähm, und ich sag euch auch warum. Also zum einen, ähm, wirken sie mal nicht flimsig, was ich sehr, sehr angenehm finde. Dafür sind sie ziemlich schwer. Also sie kommen in so einem kleinen Carry-Case, das gleichzeitig auch einen Akku drin hat und die Dinger auflädt und, äh, sie haben ein Herzfrequenzmesser drin und das, ähm, ist schon mal für den Sport ziemlich angenehm und dieser Herzfrequenzmesser macht, äh, im Vergleich zu den Dash und da weiß ich nachher vor nicht, ob das einfach nur meine sind oder ob das generell ein Problem ist, äh, recht akkurate Herzfrequenzmessungen und, ähm, das im Ohr. Und Herzfrequenzmessungen im Ohr, das, ich hab das ja schon bei den, äh, Jabra, ähm, Pulse Wireless damals gesagt, die bisher auch meine Lieblings-Sport-Kopfhörer waren immer, ähm, weil sie Herzfrequenzmessungen im Ohr machen und dabei gut klingen und diese werden jetzt offiziell abgelöst für mich von den Jabra Elite Sport, weil die klingen unfassbar gut, was zum Beispiel die Dash halt nicht hinbekommen haben, also die klingen okay, die kannst du Musik mithören und wenn du eh darauf irgendwie bedacht bist, nicht zu sterben beim Sport, dann war das auch gut genug. Die machen das richtig gut hier und die kann man halt auch mal im Alltag benutzen, weil sie halt entsprechend klingen und das war mir persönlich schon irgendwie ein Anliegen, muss man gestehen. Sie haben auch, wie die, wie die Dash und die Headphone, diesen Transparenzmodus, wo du sagst, ich möchte von außen mitbekommen, was passiert, also im Verkehr ist das recht praktisch, wenn man zum Beispiel im Radfahren trägt oder so, der ist nicht annähernd so gut wie der von, von den Dash und der Dash hat ja zusätzlich auch noch diese Windshield-Funktion, also dass man einfach, dass man einfach, ähm, dass, dass er irgendwie Sturmgeräusche wegfiltert und das machen die fantastisch und das kann, das kann die Elite Sport nicht, ähm, aber so für den, für den normalen Alltag und so und für den, für den normalen Sport, äh, sind die, sind die wirklich gut. Sie haben auch keine Touch-Controls auf den kleinen Dingern, sondern haben echte Knöpfe, was ich auch sehr angenehm finde und, ähm, man, die kommen mit verschiedenen, äh, mit verschiedenen Einsätzen, ich mach mal kurz die Packung auf, ähm, dass ich mir die Einsätze angucken kann und euch die vielleicht ein bisschen zeigen kann, also es, es gibt verschiedene, verschiedene Flügelchen, die man, die man an die, an die Ohren setzen kann, also entweder einfach nur so ein Silikonring, den man auf das, auf das Gerät setzt, dass der, dass der sich so ein bisschen ans Ohr anschmiegt oder halt mit einem, ja, mit einem Flügelchen, das sich dann in das Ohr reinhängt, je nachdem, wie das Ohr geformt ist, ähm, ist das nötig oder eben nicht, bei mir ist es relativ nötig, weil ich hab ein bisschen auch verschieden große, ähm, Ohrkanäle, ähm, dann kommen die Dinger mit Silikon-Tipps, die man draufstecken kann, auf die, auf die, ähm, auf, auf, na, auf die Kopfhörer selber oder auch mit so, mit so Memory-Foam-Tipps, ähm, beide funktionieren für mich nicht. Ich hab relativ kleine Ohren im Vergleich zu anderen Leuten, ähm, für mich sind diese, sind diese, ähm, sind die Jabra Elite Disport wirklich das Maximum, was ich schmerzfrei in meine Ohren bekommen kann, mit den, mit den mitgelieferten Tipps geht es bei mir gar nicht, da hab ich ernsthaft Schmerzen in den Ohren, ich kenn genug Leute, also ein Freund von mir hat die auch, und der ist restlos begeistert und der kommt mit den normalen, mit den normalen Tipps, äh, problemlos zurecht. Ich kam das nicht, ich hatte da sehr schnellen Schmerzen, musste dann aber feststellen, dass die, äh, Comply-Foams, die ich für meine Dash gekauft hab, auch damit kompatibel sind, also Comply auch offiziell, die, diese Totally Wireless, oder wie sie auch mal heißen mögen, Foams für die Elite Disport, ähm, als kompatibel ausweist, und das sind sie, und mit den Comply-Foams für die Elite Disport sitzen die halt auch einfach wie eingegossen. Ich hab zusätzlich verschieden große Durchmesser von, äh, meiner Gehörkanäle, also rechts ist ein bisschen weiter als links und nicht viel, aber groß, der Unterschied ist groß genug, dass ich meistens irgendwas zwischen den beiden, zwischen M und S, äh, der Größen dieser, dieser Tipps bräuchte, zumindest für, für das eine Uhr, und, ähm, deswegen ist es immer ein bisschen blöd, man bräuchte verschieden große, verschieden große Foams. Die mitgelieferten, äh, Foams von, von Jarba, die sind relativ, ähm, starre und steif, die halten sicher mehr aus, als die, als die von Comply, weil die von Comply muss man halt ab und zu tauschen, finde ich aber nicht so schlimm, dafür sitzen die halt super angenehm. Ähm, wie gesagt, die machen, die machen Bluetooth smart für den, für den Herzfrequenz-Sensor, ähm, funktioniert auch zum Beispiel mit der Garmin, das heißt, ich kann die, ich kann die, ähm, die Jabba Elite Sport als Herzfrequenz-Sensor beim Laufen benutzen in der, in der Garmin 5X, was wieder sehr, sehr angenehm ist, weil ich dann keinen Brustgurt tragen muss und ich das sehr, sehr viel angenehmer finde als Brustgurt tragen und wie schon gesagt, die klingen richtig gut, also die, die können, die können mit anderen kabelgebundenen Kopfhörern mithalten, ähm, vielleicht sind sie nicht ganz so gut wie, wie ein, wie ein, äh, Teufel Move BT oder ein, ein Beats X, aber, ziemlich, ähm, wie gesagt, man hat ein ganz schönes Drum an, an Kopfhörer in, im Ohr, also man, die sitzen halt auch wirklich in der, in der, in der Ohrmuschel und man kann sie sich dann so reinsetzen, reindrehen, festklipsen und, ähm, dann sitzen die halt einfach komplett in der, in der Hörmuschel und, äh, stehen auch nicht besonders weit raus, also ich weiß nicht, ja, so rum muss ich mich natürlich drehen, ähm, man sieht die natürlich schon so ein bisschen, äh, machen auch gut zu, wenn man sie, ähm, wenn man jetzt diesen Durchlassmodus nicht anhat und der Akku hält auch wahnsinnig lang, ich kann, um ehrlich zu sein, ich kann nicht sagen, wie lange, ähm, weil in dem Moment, wo ich sie nicht mehr brauche, lege ich sie in das Case, haben sie dann wieder geladen, also, und irgendwann lädst du halt mal das Case, auch wenn es, also, wie gesagt, ich hab jetzt ein paar Wochen, ich hatte nie das Problem, dass sie während dem, während der, während der Wiedergabe gesagt haben, ey, ich hab wenig Akku, kümmere dich da mal drum, sondern die waren halt immer irgendwie voll und, ähm, das ist gut und sie halten halt dadurch, dass es halt wirklich jede Möglichkeit gibt, sie im Ohr zu befestigen, also, verschiedenste Möglichkeiten gibt es im Ohr zu befestigen, ähm, halten sie halt, ähm, beim Laufen dreimal und selbst, selbst bei Burpees und Co. fallen sie halt einfach nicht raus, weil sie halt vernünftig irgendwo im Ohr verankert sind. Sind das die gleichen Zubehörteile, die schon dabei sind, die du nochmal extra kaufen kannst? korrekt, korrekt. Also es kann natürlich sein, dass sowas halt mal kaputt geht oder so, dann kannst du dieses Pack nachkaufen. Man muss dazu sagen, die Dinger sind nicht billig, also UVP von denen ist 249 Euro, ich weiß nicht, was der, was der Straßenpreis gerade ist, da, das kannst du mir vermutlich relativ schnell sagen, ähm, sind sie das wert, zum Beispiel im Vergleich zu den doch recht günstigen Headphones, die irgendwie 170 kosten und ich würde sagen, wenn man sie speziell für den Sport kaufen will, sind 249 Euro, das gibt sich nix. Also, sagen wir mal, 240 Euro sind dafür wirklich gerechtfertigt, wenn man halt, äh, wenn man komplett kabellose Kopfhörer möchte und ich kann euch sagen, ja, das möchte man, weil das schon wirklich geiler Scheiß ist, ähm, und ja, es sind 100 Euro mehr oder sozusagen, ach, 60 Euro mehr als die Headphones zum Beispiel kosten oder 60 Euro mehr als die, oder n Euro mehr als die AirPods kosten, ähm, und ohne die AirPods jetzt mal beim Sport benutzt zu haben, ähm, glaube ich, dass das die bessere Wahl ist, allein schon, weil sie den Herzogen-Sensor drin haben. Wenn euch der Herzogen-Sensor völlig egal ist, dann würde ich sie nicht kaufen, weil dann ist es Quatsch, ähm, dann kauft euch The Headphone oder, wie gesagt, mit, mit ein bisschen Geduld, kann man sie wohl für 200 irgendwie schießen. Und dann ist es wirklich ein guter Deal dafür, weil da kriegt man echt viel für. Also im Zweifel, nehmen wir mal Camel, Camel, Camel anwerfen oder wie sie die ganzen Beobachtungsdienste aussehen, ähm, heißen mögen. Aber sonst, also wer jetzt sagt, ich hätte jetzt gerade gerne neue Sportkopfhörer. Ich bin ernsthaft begeistert davon. also, ich hatte dich, ich hatte dich noch nicht gefragt, aber hattest du gesagt, ob sie diese Messwerte irgendwie in Apple Health pumpen oder tun sie das nicht? Das, äh, das kommt auf die App an. Also ich, die, die mitgelieferte Jabra Healthmate, die auch sofort aufgeht, wenn man, äh, in der Jabra Sport halt schon, Healthmate ist wieder ein anderer Laden. Ähm, stimmt. Die kann, glaube ich, ähm, da, da, die kann, glaube ich, da reinpumpen, weil sie hat mich mal gefragt. Mhm. Weiß ich aber nicht genau. Im Zweifel macht es aber halt auch deine, deine App, die, der Wahl. Also wenn du jetzt sagst, du hast, du musst ja nicht die, die Jabra App benutzen, um den, um den Puls abzufragen. Ach so, okay, okay, kann ich die auch mit einer anderen? Ja, es ist, es ist ein ganz normaler Bluetooth 4, ähm, LE Herzfrequenz Sensor. Sowas wie Brustgurt mehr oder weniger. Also der meldet sich als Brustgurt an, das heißt, wenn du halt sagst, okay, ich, okay. Es gibt ja so, weiß nicht, vier vorgegebene Bluetooth Werte und eins davon ist Herzfrequenz. Ja. Ja. Und das geht halt überall. Ja. Genau. Und das ist halt wirklich fantastisch. Die Bluetooth-Koppelung geht halt auch mit, mit der Garmin Watch und mit allem, was Bluetooth Herzfrequenz Messer sonst kann, die können halt auch damit umgehen. Der heißt halt dann nicht irgendwie Polar H7, sondern der heißt halt in der App dann Jabra Elite Sport. Und, ähm, ja, wie gesagt, echt, echt solider Kopfhörer. Ja, ja, also lösen bei mir jetzt tatsächlich die, die, ähm, die Jabra Pulse Wireless als, als Go-To-Kopfhörer für, für sportliche Aktivitäten ab, weil halt das Kabel jetzt zwischen den, zwischen den Ohren fehlt. Und ich bin da wirklich sehr, sehr begeistert von. Und, und auch der Formfaktor von dem Case ist nicht, ähm, das, es klappt sehr schön auf. Es hat so ein bisschen Widerstand. Die sind hier auch nicht reingeklickt oder saugen sich magnetisch fest, müssen sie nicht, sondern, das, die Klappe hält sie einfach fest. Und, ähm, man hat vorne, ach ja, übrigens, man hat vorne noch so zwei Status-LEDs, die mir jetzt anzeigen, jetzt gerade nicht mehr, weil sie voll sind, ähm, die mir halt damit durch Blinken anzeigen, ähm, welcher, ob die Kopfhörer geladen werden und welcher geladen wird. Und, ähm, ja.